Ja, die dritte Folge ist da vom Tonangeber. Nun habe ich ja sowieso hier als Hamburger eine starke Affinität zu dieser Art von Musik. Würde es auf dieser Welt keine Drogen geben, hätten die Flaming Lips wahrscheinlich nie zusammengefunden. Und die Saison lässt uns nicht los. Oh mein Gott. Oh mein Gott.